Kantus Verkehrsgesellschaft Die Kantus Verkehrsgesellschaft MbH ist eine Tochtergesellschaft der Hessischen Landesbahn, HLB, und der Benex GmbH. Seit Dezember 2006 verkehren die blau, orange und grau lackierten Züge auf mehreren Strecken durch Nord- und Osthessen. Ihren Firmensitz hat das Unternehmen im Kassel, gegenüber vom Fernbahnhof Kassel Wilhelmshöhe. Geschichte neben dem sogenannten Nord-Aust-Hessen-Netz bewahrt man sich noch vergeblich an der Ausschreibung für das Saal-Thüringen-Südharznetz, welches an die Abelio-Rail-Mitteldeutschland vergeben wurde, und an Strecken rund um Würzburg, die nun von der DB-Regio befahren werden. Am 12. Dezember 2009 nahm der neue Stadtbahnhof von Eschwege seinen Betrieb auf, er ersetzte den bisherigen Bahnhof Eschwege-West. 2013 wurde dieser mit dem European Rail Award ausgezeichnet, somit als bester kleiner Bahnhof Europas. Flotte die Kantusbahn verkehrt mit Zügen der Bauart Flirt des Herstellers Stadler-Riel. In ihrem Besitz finden sich von diesem Modell 14 dreiteilige Züge mit einer Länge von 58 m und 7 vierteilige Züge mit einer Länge von 74 m. Letztere kommen hauptsächlich im Berufsverkehr zum Einsatz und bieten 219 Sitz- und 238 Stehplätze, während die kürzere Variante 167 Sitz- und 174 Stehplätze hat. Ab und zu werden auf den Strecken der Kantus-Verkehrsgesellschaft auch Triebwagen von anderen Eisenbahnunternehmen getestet. Streckennetz-Download der Linienfahrpläne der Kantus-Verkehrsgesellschaft sowie weitere Informationen zum Streckennetz hier. R5, KBS 610, Kassel-Melsungen-Rotenburg an der Fulda-Bebra-Bad Hersfeld-Fulda R6, KBS 605, Bebra-Gerstungen-Eisenach-R7, KBS 613, Göttingen-Eichenberg-Eschwege-Bebra-Bad Hersfeld-Fulda, R8, KBS 611, Göttingen-Eichenberg-Witzenhausen-Hahn. Münden-Kassel. Züge der Linien R7 und R8 fahren zwischen Göttingen und Eichenberg oft miteinander vereint, dazu bitte jeweils die Anzeigen an den Zügen beachten. Mehrzweckabteil Die Züge der Kantusbahn besitzen nur die zweite Klasse sowie mehrere Mehrzweckabteile und eine behindertengerechte Toilette. Die Fahrradmitnahme ist im Nordhessischen Verkehrsverbund, in VV, ganztägig kostenlos, genauso wie zwischen Herleshausen und Eisenach in Thüringen. Im VSN allerdings ist die Fahrradmitnahme zwischen Göttingen und Eichenberg kostenpflichtig. Tarife In den Zügen der Kantus gelten die Tarife des Nordhessischen Verkehrsverbundes, in VV, sowie des VSN. Für den Übergangsverkehr zwischen Hessen und Thüringen gelten besondere Tarife, siehe dazu auch die Webseite des in VV. Die Kantus-Verkehrsgesellschaft ist zudem Mitglied im Tarifverband der bundeseigenen und nicht bundeseigenen Eisenbahnen in Deutschland, TNE. Fahrkartenautomaten und Fahrscheinentwerter sind in den Zügen der Kantusbahn vorhanden, sie befinden sich immer in den Mehrzweckabteilen. Weiter befinden sich stationäre Fahrscheinautomaten und Entwerter an den Bahnhöfen und Haltepunkten. Das Hessenticket sowie das Thüringticket sind in den Zügen der Kantus gültig, der Kauf im Zug ist jedoch nur möglich, wenn dieser sich in dem Bundesland befindet, für welches ein Länderticket gekauft werden soll. Ebenso sind bei Kantus das schönes Wochenendeticket sowie das Querdurchslandticket zur Fahrt gültig und an den Fahrscheinautomaten in den Zügen erhältlich. Die Ländertickets für Hessen und Thüringen sowie das Querdurchslandticket gelten von Montag bis Freitag ab 0.09 Uhr bis 0.03 Uhr des Folgetages sowie an Samstagen, Sonn- und Feiertagen ab 0.00 Uhr bis 0.03 Uhr des Folgetages. Das schönes Wochenendeticket gilt samstags oder sonntags, nicht jedoch an Feiertagen, wenn diese auf einen Werktag fallen, von 0.00 Uhr bis 0.03 Uhr des Folgetages.